Der frühere deutsche Nationalspieler Jan Schlaudraff kehrt zu Hannover 96 zurück und wird beim Fußball-Bundesligisten zur kommenden Saison Assistent der sportlichen Leitung. Das gaben die Niedersachsen am späten Donnerstagabend bekannt. Schlaudraff, der seine Profikarriere 2015 in Hannover nach 140 Bundesligaspielen für den Klub beendet hatte, soll in seiner neuen Funktion eng mit Manager Horst Held und dem sportlichen Leiter Gerhard Zuber zusammenarbeiten. Dann hat eine sehr erfolgreiche Zeit mit denkwürdigen Europa-Cup-Spielen bei Hannover 96 mitgeprägt und ist ein roter Durch-und-Durch. Er ist in Hannover zu Hause und kennt deshalb das Umfeld des Vereins und die Menschen in der Region und ihre Fußballbegeisterung bestens, sagte Held. Schlaudraff, 35, hat in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen, Bayern München und Hannover gespielt. Im Nationalteam lief der Offensivspieler dreimal auf.